auch dein ganzes geld für den admin aus kannst du damit auch geld verdienen als admin es war trotzdem eine gute investition ach ja ja hattest du terrasse ja ah nein ich hab sieben dort verloren gerade du also ich wissen bitte schön dass da unter mir plötzlich nichts mehr ist wieso baust du dich da runter unter dir ich habe mich ja nicht runter gebaut ich habe mich ja darüber gebaut ja und wieso es liegt du nicht ach das geht ja auch noch ja ich tue zum beispiel dauersnicken wenn ich irgendwas abbaue gute idee dann kann ich ja jetzt bauen ja abbauen es klappt zwar nicht immer so gut mit dem dort aufsammeln aber wenigstens fall ich nicht runter das ist loch zugebaut ja warum nur so ich hab's gerade bemerkt ja also hier ist keine fliege und die nervt mich voll dann nimm die fliege fang sie ein und tue sie aus dem fenster äh warum fliegt die mir auch immer ins gesicht weil sie dich mag ja ich mag mich auch aber ich fliege mir doch nicht ins gesicht wie das wohl aussehen würde wenn du dir selber ins gesicht fliegst weiter geht doch meine schwester nerven oder so blödes ding jetzt baust du das wieder zu was ich gerade abgebaut habe ja weil ich dachte dann sehe ich wo ich schon war und du baust alle wieder ab mach einfach aus sind es ok man das haben wir schon so spät kurz vor null komm her fliege ich hab dich gleich ja jetzt haus ab oder wie nehmt hihihi 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 wenn ich dich jetzt geschoben hätte äh hihihi schubs bettel lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala hihihi ok ich bekomme irgendwie gar keinen hunger mehr hihihi warum Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einen Goldapfel gegessen oder so. Ich will dir Schaden machen. Hast du nicht PvP hier angestellt? Nee, glaube nicht. Ich glaube nicht verboten. Es war voll cool, sich unter dem Ding angreifen zu können. Oder wenigstens ich dich. Ach. Ach, die Sterne schon wieder. So schön. Oh, die Sterne. Der guckt die Sterne an und ich baue hier die Insel. Alter, was ist los? Geht das? Okay. Funktioniert ganz gut. Gib mir mal ein bisschen Kobbel, komm. Seht ihr den Mond? Wunderbar, der leuchtet. Und den Masamoto? Ja, über uns. Hey, warum siehst du das, hä? R5. Gib mir mal ein bisschen Kobbel, schmeiß es mal hinter dich, komm. Geht gar nicht. Ich kann es nur vor mich schmeißen. Danke. Nö. Das reicht für 20 Blöcke. Wow. Habe ich schnell im Kopf ausgehellnet. Musstest jetzt hart umrechnen, ne? Mathe und so. Also wenn du in Mathe keine Eins hast. Dann, was, verklagst du die Lehrer? Ja. Aber mit welchem Geld du hast auch deine 3 Millionen ausgegeben? Ich habe 4 Millionen am Anfang gehabt. Wissen Sie, was habe ich noch übrig? 3,50 reichen nicht. Och Mann. Hat jemand eine Spitzhocke für mich? Ich habe einen Block falsch gesetzt. Ich baue die Maschine ab. Bitte. Ich habe selber vielleicht keine mehr. Ja eben, deswegen mach mal. Okay. Okay. Kannst du mir eine Axt machen? Hm. Kann ich. Will ich das? Ich habe Buttons gecraftet. Gecraftet, genau. Nein. Echt? Ja. Kann man die verbrennen? Sieht so aus. Ich hoffe mal. Die kann man nämlich nicht benutzen. Kann man schon, aber die brauchen wir nicht. Ach. Ich bin so doof. Ich habe Buttons gecraftet. Nicht dein Ernst, oder? Die kann man nicht mal verbrennen. Schmeiß sie weg. Schmeiß sie in die Lava. Acht. 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 Das tut mir ja weh. Acht. Das tut mir echt weh. Acht. Ja. Zum Glück. Ja. Das ist jetzt noch schlimmer. Ach, viel angenehmer mit einer Acht. Das ist jetzt tot. Ja, wenn du in die Lava läufst. Fünf Minuten haben wir noch. Wir haben übrigens bald ein Stack Holz. Oh. Oh. Oh ja. Ich dachte, die Pflanzen einfach irgendwie hin, okay? Muss ja jetzt noch nicht schön aussehen. Ja. Ja. Mach das. Und ich verbrauche einfach mal so meine ganzen, äh, meinen Pecakes, sodass ich ganz viel Farbe habe. Das ist gut. Jo. Oh, vier Minuten. Das ist jetzt jede Minute angezeigt, oder? Stoß. Das ist jetzt jede Minute. Wenn ich meine Zeit am PC runterstelle, äh, zurückstelle, dann wird der Server doch jetzt noch nicht runtergefahren, oder? Bin ich mir ganz sicher. Ich glaube nämlich auch, das geht. Bestimmt. Muss so sein. Kann gar nicht anders sein. Gut, ich stelle mich mal in eine Position, wo ich sterben kann. Mach das. Mann, können drei Minuten lang sein. Irgendwie schon, ja. Wieso haben wir eigentlich kein Bedwalk hier? Haben wir. Echt? Ja, musst du suchen. Jetzt gleich nur noch zwei Minuten. Drei, zwei, eins. Drei Minuten war schon. Zwei Minuten, sagte ich doch. Achso. Juhu. Schönen wir eigentlich wieder das komplette Gebiet aus, wie wir können? Ei. Gut. Kann ich ja im Grundstück ja weiter nichts falsch machen. Ja. Also kaum was falsch machen. Ja. Komm, ein Baum kann doch noch wachsen in der Zeit, oder? Zeig mal nicht so. Hast du nicht ein bisschen Knochenmehl für mich? Fühl beide Beine jetzt nicht sprechen dafür. Oh, scheiße. Arme auch nicht. Oh, Mann. Ich glaube, 30 Sekunden wird nochmal angezeigt. Dann 20 Sekunden und ab 10 Sekunden zählt es runter. Also so kann ich es mir vorstellen. Ah, ein Baum. Oh, ich habe genau zwei Stacks. Glaubst du schon wieder Geld, äh, Holz? Diesmal mache ich es richtig. Ich hoffe. 20. Ich habe nur ein paar viele Pickaxes nun. Egal. Wir können auch eine Kiste extra dafür aufstellen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bis gleich. No. Ach so, das hier ist übrigens die wunderbare Lobby. Auch Hand gebaut. Alleine. Fackel hackt. Wieso? Keine Ahnung. Nein, mein Spaß. Das ist jetzt so Terra schreiben. Okay. Ich kann nicht schwimmen. kann ich schwimmen kann ich schwimmen kann ich schwimmen ich kann nicht schwimmen kann ich schwimmen ich kann nicht schwimmen wie hell das jetzt ist dunkel dass es wieder ist wie die Portus ich glaube es ist wieder da Momm ich wackel weg alle na dann bin ich jetzt auch wieder dort ich glaube das dauert nur 30 Sekunden bis der Server nach Niedertal ist aber wir wollen trotzdem länger hin schon belastend ne bitteschön was guck mal nehm dich Kiste eine Pickaxe Kiste juhu ok wo wieso das war jetzt wichtig was machst du da habe ich darüber schon alles angebaut ja gleich mit mit Blatt und Holz und Apfel jeder Baum der für mich wächst wird niedergesteckt mit der Axt da ist ein Baum für mich nur für dich aus aus holz und Blatt und Apfel nur für mich nur für mich ich bin im Loch ich bin im Loch ich bin im Loch ich bin im Loch das war ich bin im Loch ich bin im Loch ich bin im Loch ich hab ne Idee hab ich nicht du oh oh ah gut aber ich hab ne Idee hab ich nicht aber ne Idee ne na doch ok dann hau mal raus wir verkaufen so langsam eher den koppel oder wir versuchen erstmal anzubauen oder ähnliches ich werde dafür dass wir langsam ein Feld machen ja ich mach das und den koppel vorher verkaufen damit wir nämlich ok du kannst schon mal ein kleines Feld machen dann verkaufen wir allen koppel damit wir Wasser kaufen können damit wir eine untechnische Wasserquelle haben dann haben wir keine Wasserprobleme mehr klingt nach dem Plan klingt nach dem Plan ja ähm das hat jetzt mal keiner gesehen was hast du schon wieder irgendwelche scheiße gecraftet ich hoffs nicht hoppla hat so viele haus aber es deckt sich egal brauchen wir irgendwann eh ja so ein bisschen koppelverschwendung aber ok jaha ich hab holz blockverschwendung vorher gemacht wie geht das nein genau so schlimm nein ich mein weil ich das gemacht habe ist das andere dann in Ordnung das ist logisch ist immer so ah ok ja wir könnten auch mal Dirt kaufen gehen wir könnten vorher vielleicht Wasser kaufen gehen wäre eine Spurflower ja wir müssen unbedingt vor Fackel einen Shop haben ja das haben wir sicherlich das war beim alten Shop Dings cooler hätten wir jetzt schon einen Shop machen können und Fackel hätte was kaufen können ja hätte er eh nicht gemacht weil er zu geistig gewesen wäre du hast allen Dirt verbraucht geh mal ja bin grad dabei geh mal das ist der letzte danke 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 Vielen Dank.